Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, was ihr zum Beispiel mit Google Tabellen Kästchen machen könnt. Total coole Geschichte, also ihr könnt ja nicht nur eine To-Do-Liste machen. Ich zeige das mal ganz kurz. Ich markiere mir einfach ein paar Zellen und sag einfach mal, ich will ein paar Kästchen haben. Also ich klicke auf Einfügen, dann auf Kästchen. Hier steht noch Neu, ist relativ neu die Geschichte. Zack und wir haben hier Kästchen. Da kann man sich eine To-Do-Liste erstellen, aber das ist ja total langweilig. Also ich gehe noch mal zurück. Ich zeige euch mal drei verschiedene Sachen, die man zum Beispiel damit machen kann. Ich markiere jetzt einfach mal diesen Bereich und setz mal Kästchen da ein. So, Einfügen, Kästchen, zack. So, was ich als erstes machen will ist, wenn ich zum Beispiel hier so ein Kästchen markiert habe, dann will ich, dass die Hintergrundfarbe zum Beispiel grün ist. Total easy. Das heißt, wir markieren uns hier diesen Bereich, gehen dann auf Format, bedingte Formatierung, zack, bekommen dann hier so ein Fensterchen. Auf diesem Bereich soll das angewendet werden. C1, ja genau, C1 bis C10. Das heißt, dieser ganze Bereich. Und was ich machen will, ich will ja, dass die Hintergrundfarbe grün wird. Also mache ich folgendes. Ich gehe hier rauf auf dieses Auswahlfeld, also Dropdown-Liste, nehme den untersten Eintrag Benutzerdefinierte Formel ist und dann tippe ich folgendes ein. Ich gebe ein Gleichheitszeichen hier erstmal ein, damit das direkt ausgerechnet wird. Und was will ich machen? Ich will ja wissen, ob diese Kästchen hier sozusagen aktiv sind. Dadurch, dass der Bereich zwar ausgewählt ist, wird sich die Formel entsprechend dann in diesem Bereich auch auswirken. Aber ihr seht hier diesen kleinen Rahmen und deswegen müssen wir auch genau diese Zelle hier angeben, also C1. Also, wenn C1 gleich war, und zwar genau das ist die Unterscheidung wahr und falsch, also true and false, falls ihr euch ein bisschen mit der Programmierung auskennt. Also mache ich das mal. Wenn C1 gleich war ist, also richtig schreiben. W-A-H-R. So, dann seht ihr schon, wird auch genau das hier markiert. Damit das ein bisschen besser auffällt, wenn wir das mal hier ein bisschen mit so einem Quietschegrün markieren. Das heißt, der Hintergrund wird jetzt diese Farbe annehmen. Zack! Und ihr seht, so funktioniert das. Ich gehe mal auf fertig. Zack! Nehme ich ein Häkchen weg, wird das deaktiviert. Nehme ich ein neues dazu, werden die Kästchen markiert. Das ist Punkt 1. Was ich noch machen will, auch eine ganz coole Geschichte. Wir werden jetzt mal ein paar Berechnungen vornehmen. Und zwar dieses wahr und falsch können wir natürlich auch für Abfragen benutzen. Ich schließe das mal ganz kurz hier. Und zwar trage ich einfach mal hier ein paar Zahlen ein. Ich mache das mal 1, 2 und hier 10, 11 meinetwegen. Markiere mir hier diese beiden und ziehe das Ganze mal hier so runter. Zack! Und was ich machen will, ist, ich will zum Beispiel einfach mal, wenn hier ein Häkchen gesetzt wird oder ist, dann soll das einfach mal summiert werden. Total easy Geschichte. Ich gebe ein Gleichheitszeichen ein und schreibe einfach mal wenn. Und zwar ist das ja eine Bedingung und die Wenn-Funktion gibt uns ja die Möglichkeit, etwas zu überprüfen. Und ich will wissen, ob diese Zelle hier, zack, ich klicke hier rauf, C1 gleich wahr ist. Also ich schreibe wahr und denkt dran, das ist kein Text, der in Anführungszeichen stehen muss, sondern das ist wie so eine Art Konstante. Also muss hier jetzt wahr stehen. Ich schreibe das mal jetzt hier rein. Zack! Wenn C1 also wahr ist, dann soll einfach mal diese Zelle plus diese Zelle gerechnet werden. Und wenn das nicht so ist, ja, ist der nächste Parameter, also wieder ein Semikolon eingetragen, dann soll gar nichts drin stehen. Also mache ich einfach mal ein Anführungszeichen, noch ein Anführungszeichen. Das heißt, es wird nichts ausgegeben. Oder wir können noch einen Bindestrich da reinsetzen. Mache ich einfach mal. Zack! Und ganz zum Schluss noch die schließende Klammer. Zack! Also noch mal ganz kurz erklärt. Ein Gleichheitszeichen, damit die Funktion direkt ausgeführt wird. Dann wenn. Damit wir etwas überprüfen können. Hier wird geprüft, ob C1 gleich wahr ist. Und wir haben hier einen relativen Bezug genommen. Ich frage extra noch mal, ihr kennt euch da aus, ne? Also ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wenn wir das jetzt gleich runter kopieren, wird die Zelle hier automatisch der Zellposition angepasst. Also die hier eingetragen ist ein relativer Bezug. Und ja, wir überprüfen nur, ob die Zelle C1 wahr ist. Und wenn das so ist, dann wird dieser Parameter hier ausgeführt. Dann wird einfach A1, also A1 plus B1 gerechnet. Und wenn das nicht so ist, der letzte Parameter, dann soll ein Bindestrich eingetragen werden. Hier in der Vorschau sehen wir auch schon ein Bindestrich. Klar, wir haben hier auch kein Häkchen gesetzt. Also ich drücke Enter. Zack! Wir bekommen unseren Bindestrich. Und da wir einen relativen Bezug benutzt haben, können wir das Ganze jetzt hier runterziehen. Zack! Und überall, wo kein Häkchen ist, ja, haben wir unseren Bindestrich. Ansonsten wird das berechnet. Total coole Sache. Funktioniert übrigens auch, wenn wir die Sachen natürlich hier alle ändern. Also total coole Geschichte. Was auch für den einen oder anderen total interessant sein könnte, wäre folgendes. Ich werde jetzt mal hier in dieser Zelle, oder nee, Quatsch, wir machen das mal hier unten. Wir werden mal in der Zelle einfach mal zählen, wie viele Häkchen überhaupt gesetzt worden sind. Auch, wie gesagt, das letzte Beispiel jetzt hier in diesem Tutorial. Und zwar müssen wir einfach nur festlegen, in dem Bereich für eine Bedingung, wie viele Häkchen gesetzt worden sind. Das können wir zum Beispiel machen mit der Funktion zählen wenn. Das heißt, ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, schreibe zählen wenn. Also zählen wenn. Klammer auf. Dann gebe ich den Bereich an. Ich schließe das mal ganz kurz. Dann gebe ich den Bereich an, wo ich das überhaupt machen möchte. Also den gesamten Bereich, der gezählt werden soll. Von hier oben bis hier unten. Gebe dann ein Semikolon ein. Und meine Bedingung oder meine Abfrage ist ja, ich will wissen, welche Zellen sind wahr. Und das soll halt alles gezählt werden. Also wieder wahr eingetragen. Denkt daran, keine Anführungszeichen. Klammer zu noch. Und ihr seht schon, hier steht eine 9. Wir zählen mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alles klar. Ich drücke Enter. Wir haben unser Ergebnis mit 9. Nehme ich hier ein Häkchen weg, wird das automatisch aktualisiert und wir sehen die Anzahl unserer Häkchen. Also ihr habt gesehen, total coole Geschichte, was man alles mit den Kästchen machen kann hier von Google Tabellen. Also ich bin ja schon irgendwie ein bisschen begeistert. Alles klar. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe der ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich natürlich auch immer über Likes und Abos. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann. Ciao, ciao.